Am Schluss wird das Fazit zogen und da sollten Sie sich, glaube ich, an den Tisch setzen, alle miteinander. Und dann kann man sagen, es war eine erfolgreiche Saison. Es sind ein paar Sachen passiert, die vielleicht jetzt so nicht unbedingt hätten passieren müssen. Ich weiß auch nicht, ob, Aki Watzke hat es ja auch gesagt, ich glaube, dieses Interview ist eigentlich auch nicht dann geführt worden, wann es rausgekommen ist, sondern wesentlich früher. Warum das dann zu dem Zeitpunkt veröffentlicht worden ist, weiß ich nicht oder was das für einen Grund gehabt hat. Fakt ist, dass wahrscheinlich das eine oder andere nicht ganz gepasst hat. In der Kommunikation nach außen, aber grundsätzlich glaube ich jetzt nicht, dass das Verhältnis so schlecht ist, wie das teilweise dann in den Medien immer dargestellt wird.